So, machen wir mal Panzer-Action. Ja, mach gleich mal weiter. So, irgendwie, das sind so die... Das sind so die Maps, die ich glaube ich am besten kenne. Ja? Ja, weil ich immer nur Zauberfühle in das Level und dann einfach nur mal so am Nachmittag, wenn man mal langweilig hatte, einfach mal so ein bisschen umgezockt, das ist so. Ehrlich? Und dann mögen wir ja nicht immer diese kompletten ganzen Welpen. Aber immer nicht so. Ha, ha, hat man ja gesehen, wie öde das ist. Ja, das haben Kunden ja sehr... You know what I mean. Soll das eigentlich darstellen, dass der Panzer selber fährt, zufällig in dieser Welt? Ja, ja. Also die sollen ja nicht rollen oder quacken. Du musst doch gleich ein Power-Up eigentlich kriegen. Gippe, gippe, gippe. Das richtig fiese an dieser Geschichte ist, dass wenn du hier halt so wenig Leben hattest, du machst schon... Wie willst du nicht mehr? Zum Beispiel bei Bowser direkt. Ja, dann war es natürlich so, dass du dann, wenn du abgekackt bist und kein Leben hattest... Ja, wieder von vorne anfangen musst du das mal so frustrieren. Und damals auf der echten Konsole, ey, der hat sich ja den Controller in die Wand gehauen, dann kannst du nicht vorstellen. Ja, aber er hat ja gehalten. Äh, das ist ein Neuer. Jetzt kann man es ja sagen, das ist ein Neuer. Äh, dann durften wir es natürlich nicht erfahren, dass man das teure Zeug da gegen die Wand gehauen hat, aber... Ja, aber es war ja damals Qualität. Qualität. So, diese Schigimigi-Zeug bei der Playstation mit Xbox, ne? Ja, das war, ähm, beim Kumpel mit so einer Playstation damals, also, ähm, der hat mir zumindest davon erzählt. Äh, dann, äh, verbot dem Playstation-Controller gegen die Wand gepfeffert und der ist eben dann, ähm, in allen Einzelteilen wieder entgegengesprungen. Ich dachte, das war mit dem Super-Nintendo-Controller. Ja, das kannst du machen. Ja? Nur ein bisschen Plastik raus, du musst raus. Ja, aber der Controller kommt dir ansonsten so, wie er ist, wieder zurück ins Gesicht geflogen. Naja, weil, äh, Kabel, ne? Kabel, alles dran, ich hab sogar eine Kassette. Ne, brauchst du das? Ach, Mann. Ech. Hä? Ah, das geht hier, Frau. Ah, ich hab das doch früher immer so gemacht. Ich hab mir keinen Scheiß hier. Haha. Was war's jetzt? So, jetzt wird's so spaßig. So, immer versuchen? Ja. Aber eigentlich doch noch umdrücken. Ah. Wollte ich grad sagen, das könnte auch ein Immo-Fehler gewesen sein. Soll ich grad ein bisschen... Schiss? ...ulti-weblich nochmal machen. Yeaaah. Zu den Zweiten? Oh, ich versuch's. Ich hab die Welten nie wirklich gespielt, muss ich dazu sagen. Kannst du gleich an den Panzer der Welt. Sogar wenn du dann, wenn du durch den ersten Teil durch bist, dann gibt's dann sogar, äh, diese Random-Welten, die ich eventuell reinziehen kann. Ja, ja. Unglaublich. Ja, ja. Bitte versuch nicht, da unten das Power abzukriegen. Warum? Das ist wie in der Fahrzeuge machen. Mach diese Kanonen, kannst du nicht, wie das gerade gemacht haben? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und die großen auch. Kannst du mal aufhören? Hat das fast geklappt? Boah. Oh mein Gott. Und im Level ist es doch so, dass dann, äh, also wann komplett, wenn sie schnell auf dich zukommt, und dann ist es auch so eine Riesenkanone, die Bum, 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 Bum. Ja? Äh, bist du nicht mehr aufpassen? Die kleinen Bist hast du noch Glück, wenn du groß bist. Du bist, äh, am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Das war Arsch. Ah, das war auch wild. Wenn ich es mal so frech sagen darf. Danke. Was, wie sagst du, ehrlich sein? Ja, das ist ja ein Lapp. Es sind die Leute, die Sachen immer, du sollst ehrlich sein, ja? Mein Arsch. Wenn du es dann mal bist. Mein Arsch benügt mich. Wenn es dann auch mal ehrlich bist, dann sind sie gleich beleidigt. Wenn du dann sagst, du bist voll, äh. Cool. Ein schwimmender Panzer. Das bist du, glaube ich, kein Arsch. Das ist jetzt auch wieder bloß so ein Viech. Oh, das ist noch leichter. Da kann sie nicht mehr so schwer. Doch, da kann es nicht mehr so schwer. Na gut denn. Na ja, also, wenn man sich blöd anstellt. Aber wenn man einmal das Prinzip von dem Viech erkannt hat, dann weiß man auch Bescheid. Ja, allerdings. Das ist richtig. Wenn man mal zu lange wartet, dann fängt er manchmal auch an zu fliegen. Und dann wird er schwieriger. Das ist richtig. So, jetzt müssen wir da runter. Rückwärts. So, hier und das sind jetzt die Sachen. Ah, okay. Wenn du dann noch beschniedig? Wenn du ganz schnell bist, kommst du ohne eine Welt zu machen durch. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also, jetzt ist der Bestand. Okay. Aber es geht noch. Jetzt ist okay. Jetzt kommen nur so Fliegeviecher. Okay. Jetzt geht es. Das ist ein Blödenbild. Es tut mir leid, dass ich den verkackt habe. Das ist ja nicht so, dass man eine Warte. Da ist er noch. Oh, ja. Richtig fieses ist, wenn die da direkt um so Arsch springen. So wie jetzt. Du kannst nicht ausweichen. Aber. Du kannst nicht ausweichen. Ausweichen. Aber. Richtig eine Hardcore-Gamer hat mir jetzt gesagt, naja, du kannst doch alle zufallsetzen. Ja, eigentlich hätte ich gesagt, wir spielen alle Level. Das muss man nochmal zurück. Ne, Quatsch. Ja. Guck mal, machen wir uns kein Ding. Nee, hör auf. Nee. Vielleicht sind. Nimm dir den Frosch. Nee, das macht den Frosch von dem Schilf auf dem Luftschilf oder was. Oh, das ist aber schneller. Ja, das macht echt schmerz. Das lässt es werden. So. Hör auf dem Schilf. So. Hör auf dem Schilf. So. Wenn du Glück hast, kannst du doch wegdrehen. Das ist vollkommen schön, dass wir noch die Kulte haben. Ne Wolke. Naja, das soll halt auch schnell. Damit du auch siehst, dass das fliegt alles. So. Richtig fieses. Aber man kommt so in eine Szene, dass du ihn einfach trocken. Naja. Bis du oben spielen darfst. Naja. Naja, das soll halt auch schnell. Das soll echt schnell sein. Das ist jetzt schon. Nein. Nein. Neeeeein. Ok. Natürlich. Kannst du nach Ort das dann oder kommst du in den Büro und kommst mit dem Rohr nach. Cool. Das ist jetzt zum Beispiel. Nein. Ok, das probiere ich jetzt auch. Ja. Show me what you got. Hast du ja sehr wissen. Ja, einfach springen. Haha. Prozent okay man eben hoher was ist das habe ich jetzt so nicht kommen sehen alles gesagt also die Flamme wollte ich hätte auch noch um zu tun doch stolz drauf nur ab Piep! Piep dich, Junge. Satt. Irritiert mich die Wolke da im Hinterkompuls? Ja, die irritiert dich nur. Ich sehe sie gar nicht. Du achtest auf die Spielfigur, Mölzer. Total. Lass es doch mal hier jetzt wie beim Fußball machen. Bist du schweig. Äh, so wo ist das? Baaah, ich war eine Sau. Wie so mieser. Du bist ja kein Power. Kein Bock, ey. Okay, dann machen wir es aber gleich so. Auch gut. Oh Mann, ey. Toll. Soll ich den? Ja. Was soll's? Fliegt Fliegt Fliegt. Das ist ja so. Ich bin da vorne so in die Zimmer. Der schiebt mich doch sowieso. Da können wir es jetzt mit den ganzen Level schön angucken. Da müssen wir jetzt aber auch was dazu erzählen jetzt. Sonst wird das echt langweilig für den Flammen. Und da fliegt ihr wieder oben drüber und da wirft ihr. Und ein Flammen, Flammen, natürlich. Das sieht ein bisschen aus, als wären das so eine Dinger. Ja, das ist so eine Mischung von Schildkrögen, Biber, Deckel. Und Bär. Und Bär. Unglaublich. Komische Menschen. Die sind eigentlich zweiteilsgroße, habe ich gesehen. Die passen in das ein Teil große Teil rein. Oh mein Gott. Die sind zweiteilsgroße und passen in das ein große, äh, ein Teil große große Teil rein. Ja, unglaublich, oder? Unglaublich. Warum kenne ich denn das schon wieder? Wieso nicht? Das erinnert mich an dieses, äh, diese Bambi-Verarsche von YouTube. Oder auf YouTube. Boah, ist das schwierig hier. Boah, ist das wichtig. Alles ganz doll dunkel. Alles ganz doll dunkel. Ha, verkackt. Was machst du jetzt? Rennst wieder zurück? Oh, es knarrt so los. Achso. Blume. De Blume. Firebloom. Firebloom. Ist mir verarschend. Hach. Bitch. Was für ein hartes Wort für diese arme kleine Blume. Vielleicht durch diese, äh, hohe Farbintensität. Hach. Was kann ich denn? Was war das jetzt? Nee, noch nicht, irgendwie Doppelherz. Doppelherz. Doppelherz, ne? Oh, man. Boah. Das war echt ein Monster mies. Miesen. Verdammten, verdammten Dreckhunde. Da können die Hunde gar nichts für. Nee, da waren die mal ab. Wenn du dann noch eine Weile stehen bleibst, dann kommt er da nicht raus. Weil, wenn du nämlich daneben stehst oder draufstehst, kommt der nicht raus. Oh, shit. Ich ahne, Schlimmes. Jetzt. Perfekt, oh. Das Schlimme ist, es kommt, glaube ich, gleich noch, Hammerwerfer. Cool. Damit sich das lohnt, sagst du? Hoorah. Hoorah. Das kann ich nicht. Ich weiß das. Viel Spaß. Danke. Jetzt will ich es wissen. Das war doch total easy, die Welt. Naja, bis jetzt. Was denn nur? Kannst du das nicht? Na doch, aber was denn ist lustig. Vielleicht ist hier oben drüber was. Oder auch nicht. Buh. Buh. Buh-duu. Okay. Another try. Okay, ich probier's auch nochmal. Gerne. Gerne. So. Warum haben wir diese ganzen Scheiß-Power-Systeme benutzt? Und Blume, 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 Blume. Hm. Das ist genau wie gut. Hast du den Stern eigentlich ewig? Ne, ne? Natürlich nicht. Ich denke, es ist so ewig. Das wäre doch toll. Achso, da ist ja noch was versteckt, dass wir die hier mitnehmen können vor uns. Ja, halt das doch. Da sind ja so eifahren. Weiter. Juckt dich. Ja. Boah. Der kommt wieder nicht raus, wenn du daneben stehst. Super. So künstlich auf böse getrimmt, ja? Ja. Ja, die Welten. So mit Dunkel und so. Ah, das ist jetzt Wischung, wenn du gar nicht vorbeikommst. Du musst dir den hier mit Zorn haben. Bombe. Klar, ne? Da sind, glaube ich, nur drei und dann bist du durch. Dann kommt dann irgendwann der Baser. Okay, show me. Haben wir einen Speedrun dazu angeguckt, wie der da langgesprungen ist. So ganz gelangweilt und immer auf den ganzen Dingern drauf rumgehüpft. Wie so ein Warniner. Ja. Ist zum Glück überhaupt nicht so Gameboy-Style. Das... Das... Vielen Dank.